Wo ist denn eigentlich dieser Shop, von dem der Tooltip vorher gesprochen hat? Kommt der da oben? Ist das da oben der Shop? Das könnte ein Shop sein. Ich sehe sonst nix, was ein Shop sein könnte. Ah, Laden! Ja, genau. Da sind wir. Runner 3. Drück in der Luft die Rutschtaste um auf den Boden. Ja, das weiß ich. Kostüme. Ah, okay. Schauen wir mal, was es da gibt. Ich sehe schon mal Hosen. Sehr schön. Birthday Suit. Da ist er einfach nackt. Commander Video heißt er, genau. Commander Video hat noch nie Unterwäsche besessen. Bis jetzt. Ah, das sind lange Unterhosen. Wunderbare lange Unterhosen. Commander Swimio. Okay. Äh. Commander Miss Video. Im Adams Kostüm. Nein, echt. Aha. So sieht der nackt aus. Schade, mehr gibt es hier gar nicht. Und man braucht so komische Diamanten, um die zu kaufen. Die haben wir gar nicht. Capes. Ah ja, wir haben ja jetzt das Regenbogen Cape. Gibt auch noch verschiedene andere Capes. Wow. Oh, das gefällt mir. Bit Trippy. Von Bit Trip. Accessoires. Ah, ich verstehe. Ein Monocle. Sterne. Ein Schnauzer. Der wäre schon wichtig eigentlich, ne? Na gut, mehr gibt es hier leider nicht. Ah, ich kann natürlich auch Charaktere durchschalten. Und für die Charaktere... Das Cheerleader Outfit. Das... Weiß ich nicht. 80er Jahre. Com... Command Girl Video. Heißt sie. Na gut. Und... Manchmal kann man ruhig ein wenig Haar zeigen. Ja, der Command Girl Miss Video... Nackt... Äh... Dingens. Capes sind die gleichen wahrscheinlich. Und die Accessoires auch. Mehr oder weniger. Ich glaube nicht ganz, oder? Interessant. Aber wir können eh nichts kaufen. Also was soll's. Weiter geht's. Das Spiel sieht echt hart und frustrierend aus. Ich mag sowas. Ja, ich glaube auch. Wenn man... Wenn man schnell frustriert ist... Also... Dann ist das vielleicht nix. Weil... Das ist jetzt die erste Welt. Ich glaube, das wird richtig krass. So Super Meat Boy Style halt auch. Das muss man schon mögen, glaube ich. Sowas. Ich mag's. Okay. Ist da ein Kerl, der so viel Nudeln gegessen hat, dass sie ihm überall raushängen? Ich kann das verstehen. Wenn ich in so einer Welt, die nur aus Essen bestünde, leben würde, würde es mir wahrscheinlich ähnlich gehen. Aber... Gut heißen kann ich's trotzdem nicht. Okay. Achso, jetzt bin ich Commander Girl und ist ja geil. Aber das hab ich nicht... Tod. Com... Coman-Girl-Video. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch wurscht. Ich weiß es nicht mehr. Komaten-Ball. Komaten-Ball? Ich wollte ne Mischung aus... aus Tomaten-Soße und Komet sagen, glaube ich. Ich kann den anscheinend leider nicht kicken. Na gut, ich muss unten durchrutschen. Das war ein knapper Sprung gerade. Das Spiel hier ist übrigens, wenn es euch interessiert, für die Switch gerade im Angebot. Und ich glaube, ich hab das für maximal 2 Euro oder sowas gekauft. Also wenn euch das interessiert, dann schaut mal nach auf der Switch. Ich weiß nicht, wie es auf einem anderen System ist. Aber es ist aktuell super billig reduziert. Lass es 2,99 gewesen sein maximal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall sehr billig. Das war gut. Glück gehabt. Gem-Path available. Jetzt stimmt, beim zweiten Mal durchspielen schaltet man quasi immer alternative Wege frei, um die Rubine freizuschalten, die Edelsteine, mit denen man dann scheinbar Kostüme und sowas freischalten kann. Oh, da stand irgendwas mit Schalte-Charaktere frei, oder? Das würde mich nämlich noch echt interessieren. Aber naja. Machen wir mal Welt 1 fertig und dann schauen wir weiter. Meine Nase juckt. Ja! Meine Nase juckt auch dauernd. Wegen dem Popschutz hier, glaube ich. Ich glaube, weil da so viele Katzenhaare immer drin sind. Es ist immer brav, eure Bananenkinder. Hey, ich glaube, es gibt kein Kind im Universum, das nicht gern Bananen isst. Das ist ja wohl... Oder auch Menschen, allgemein. Egal wie alt. Was ist denn jetzt? Muss ich hier irgendwas machen? Feder nach oben. Oh Gott. Ich bin immer komplexer. Muss ich noch im richtigen Moment mit dem Störkreis nach oben drücken. Ei, 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 ei. Oops. Das war's. Was ist denn das da im Hintergrund? Sind das Kuchen oder Donuts oder Käse? Käse wahrscheinlich. Ich hab mich nur gefragt, was hat das Level eigentlich mit Essen zu tun? Aber im Hintergrund liegt Käse. Ansonsten ist es einfach nur eine Höhle. Im Hintergrund ist Käse. Na dann. Nein, das war jetzt aber auch... Wow! Gerettet. Ich weiß nicht genau wie. Können wir übers Wasser laufen oder so? Egal. Hat funktioniert. Was auch immer. Ta-da! Ähm... 299. Okay. Achso, warte mal. Ja, 299 habe ich im Wohnzimmer Lampen. Wäre mir der Preis zwar lieber, weil ich mal so eine seltsame Abo abgeschlossen habe. Den Wohnzimmer Lampen wäre dir der Preis lieber, weil du mal ein komisches Abo abgeschlossen hast. Hast du ein Wohnzimmer Lampen Abo abgeschlossen und kriegst jetzt jeden Monat Wohnzimmer Lampen? Und möchtest jetzt das Spiel mit 299 2,9 Wohnzimmer Lampen bezahlen. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Da gut. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht wirklich ein Wohnzimmer Lampen Abo abgeschlossen hast. Da mal boomboxen, um die Musik aufzupeppen. Yeah! Was hast du denn da gefunden? Was denn wo denn? Meine Nase juckt. Ja. Jetzt gerade nicht. Jetzt sind wir jetzt im Kühlschrank. Anscheinend. Ich verstehe. Okay. Mein Gott. Hört das denn nie auf? Immer werden neue Funktionen eingeführt. Okay, cool. Achso. Ah. Zu spät gecheckt. Jetzt ist das Spiel auch noch zweispurig. Okay. Ich habe mich nicht mehr überrissen, nach oben zu lenken. Oh, ich habe irgendwas hässliches gesammelt und war so irritiert davon, dass ich tot bin. So kann es gehen. Ah, okay. Konzentration jetzt. Okay. Los geht's. Also Reaktionsvermögen braucht man hier schon, Mensch. Ah, in die falsche Richtung gelenkt. Ich muss von der Wand weglenken und nicht zur Wand hin. Oh, yeah. Oh, okay. Ich fahre jetzt richtig mit dem Rollschuhauto da durch die Gegend. Kann ich auch springen? Ja. Gut. Oh, solche Passagen sind immer viel zu kurz, finde ich. Schade eigentlich. Okay, wir haben eine mutierte, komische... Ah, eine duftende Himbeere. Die braucht doch der eine Questgeber aus irgendeinem Level, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Schön, schön. Zwei von neun. Dann kann ich darüber. Was steht denn da? Das... Ha... 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 Star... G... 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 Meal? Just deserts. Just deserts. Na gut. Kommen wir uns das mal an. Oh, mein Ohr. Das Ameln squid hangen. Okay. Schoko-Erdbeeren. Ah, jetzt lernen wir eigentlich erst den Doppelsprung. Oh Mann, oh Mann. Hallo, Tate. Wie geht's? Oh Gott, jetzt dreht's aber richtig auf erst. Ah, dammit. Okay. Konzentration kurz. Okay. Gut. Das ist jetzt echt schon, man muss jetzt schon echt viel immer gleichzeitig bedenken und planen und drücken. Oh, wie soll ich denn das machen? Gold sammeln, Doppelsprung, oh Mann ey. Feder, Wand, Wand. Oh shit, ja. Okay, gut. Oh shit, ey. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass das noch hinhaut. Meine Güte. Oh Gott. Das sind meine liebsten Passagen eigentlich. Irgendwie finde ich das cool. Ich hätte, das habe ich gerade nicht processen können, so schnell, was da gerade passiert ist. Nein, ich drückte auch den Kick nach. Oh shit. Okay. Konzentration. Danke, Ufo. Crazy shit. Oh Mann ey. Ist das ein böser Weihnachtsroboter? Ist das ein böser Weihnachtsroboter? Weil, das ist ja das Essensland. Da macht es doch Sinn, dass man gegen einen bösen Santa Claus Roboter kämpft oder so. Und ob er ziehen Flugzeug wäre schon cool, hätte ich auch gern. Kann man sich vielleicht selber schnitzen? Liegen wird es halt wahrscheinlich dann nicht. Aber ansonsten... The Sausage Center. Ah, cool, Tatze. Das ist nett von dir. Warte mal ganz kurz. Äh, bist du der... Ah ja, genau, da sehe ich es eh. Du heißt auch da Tatze. Genau. Wird nämlich auch hier eingeblendet im Stream. Vielen Dank. Das ist echt super nett von dir. Mit Twitch musst du das nicht verbinden. Nee. Äh, im Discord hast du jetzt quasi auch Zugang zum... zum Patreon. Also mit Discord verbinden, wenn du im Discord in den Patreon-Raum willst. Aber ansonsten musst du nix verknüpfen eigentlich. Nee. Sausage Center. Okay. Wahrscheinlich muss ich die einsaugen. Ja, genau. Hab ich schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht. Der macht wirklich die Schienen kaputt mit seinen Raketen. Da muss ich auch passen. Es ist Wurstzeit. Ganz genau. Wenn der nur einfach aufhören würde mit seinen Wurst-Raketen, hätte ich keine Chance gegen ihn. Immer diese dummen Bosse, die sich selber töten im Grunde. Ah, der Schuss ging daneben. Nein, so wird das nix. Ah, Gott. Kann ich, glaub ich, vergessen schon den Kampf jetzt. Aber jetzt... Genau, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Aber da war ein Checkpoint, oder? Es geht gleich wieder eine dritte Runde los, glaub ich. Ah, die Neben. Nein. Ich hasse ihn. Ah, ich hasse ihn. Ah, ich hasse ihn. Ah, ich hasse ihn. Glück gehabt. Ja, genau. An Yoshi's Island muss ich auch denken, so ein bisschen. Das stimmt. Perfekt. Pick on someone your own size next time. Okay, cool. The Sausage Santa is besiegt. Die Foodlands sind geschafft. Okay. Und jetzt kommen wir in die Spookylands. Oh, es ist schon elf jetzt. Oh Mann, ey. Jetzt spielen wir aber noch ein Level in den Spookylands. Ich hätte jetzt echt noch mehr Bock auf Runner 3 gehabt. Das macht mir grad ziemlich Spaß. Aber gut. Ich muss jetzt aufhören und essen. Aber jetzt spielen wir noch ein Spookyland-Level. Genau, einer geht noch. Ein Level geht noch. Die unmöglich schweren Challenge-Level sind in Wirklichkeit nicht unmöglich. Du kannst dich in Retro-Game an jedem Punkt des Bildschirms bewegen. Ah, es gibt so verschiedene Modis und Grafikstile und ich hätte gern noch alles gesehen. Aber heute wohl nicht mehr. Der Water Squid. Der nahe Verwandte des Land Squids. Nicht so bekannt, aber es gibt auch Water Squids, die im Wasser leben. Nicht nur Land Squids. Wir sind die wenigsten. So spooky sind die Spookylands bis jetzt irgendwie nicht, oder? Ja, irgendwas Spezielles bekommen. Cool. Nein. Nein, come on. Sag ich da nur. Bist du ein Gegner? Ja, anscheinend ist der ein Gegner. Gut, jetzt weiß ich's. Puh, jetzt aber. Los geht's. Es ist ein bisschen krass hier. Okay. Puh. Schiembein gestoßen. An der Kante. Das war grad eine echt harte Passage, hey. Okay, und jetzt fliegen wir mit einer Dose. Das war das, was wir mit einer Dose ist. Oh Gott, ey. Boah, ist das Spiel gemein. Ist das gemein. Gib ein bisschen was. Können wir gestohlen bleiben. Können wir auch gestohlen bleiben. Puh, okay, Checkpoint. Das war ne Passage, ey. Verdammt nochmal. Puh, nicht schlecht. So. Na dann. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Hat Spaß gemacht. Coole Spiele haben heute gespielt. Shovel Knight ist super. Run 3 ist auch super. Alles super. Alles ist so schön heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die vielen Bits, für die vielen Abos, fürs Zuschauen, für alles. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder live, wenn ihr wollt. Und wieder um 19 Uhr geht's los. Mit irgendwas vollkommen anderem, was noch nie irgendwo auf dem Kanal Landsgrid Brother zu sehen war. Weder in Streams, noch in Let's Play Form, noch sonst irgendwie. Ich bin's genauso gespannt wie ihr, weil ich weiß es auch noch nicht. Macht's gut. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.